Herzlich Willkommen wieder hier aus der Bergwirtschaft Wildermann. Wir möchten unsere Frühlingswoche starten mit einem Ananas-Vanille-Traum. Dafür brauchen wir Malibu, Wodka, Sahne, Kokosnuss-Sirup, Vanillesirup und natürlich Ananassach, wie der Name schon sagt. Dafür brauchen wir zum Schägen natürlich das Eis, 4cl von unserem Malibu, das ist ein Rum mit Kokosnuss-Geschmack, 2cl von unserem Wodka, natürlich Sahne, ca. 4cl. Ca. 2cl von unserem Kokosnuss-Sirup, was den ganzen Malibu natürlich noch etwas unterstützt, 2cl von unserem Vanillesirup und natürlich aufgegossen wird das Ganze mit Ananas-Saft. So, das Glas ist voll. Wir müssen das Ganze kräftig schütteln. Unser Glas haben wir schön vorbereitet. Jetzt fängt da auch wieder die Spargelzeit an, auch bei uns in der Bergwirtschaft. So, das Ganze füllen wir in unser Glas schön ein. Das ist ein schöner cremiger Cocktail. Man kann statt der Sahne natürlich auch Milch nehmen, wäre auch möglich. Und natürlich unsere Strohhalme. Und angelangt werden wir bei unserem Ananas-Vanille-Traum schmecken lassen. Und dann können wir uns das Ganze mal wieder einmal anmachen. Wir können uns das Ganze mal wiederholen.